Ich lerne Deutsch. Nummer 5634 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Mir gefällt die Form der Brille. Gibt es den Rahmen auch in anderen Farben? Mir gefällt die Form der Brille. Versuche über das Seil zu springen. Es ist ganz einfach. Versuche über das Seil zu springen. Es ist ganz einfach. So mag ich meinen Kaffee. Filterkaffee ist einfach das Beste. So mag ich meinen Kaffee. Filterkaffee ist einfach das Beste. Ich mache in letzter Zeit zu viele Überstunden und schlafe dann am Schreibtisch ein. Ich mache in letzter Zeit zu viele Überstunden und schlafe dann am Schreibtisch ein. Ich habe genug gespart, um mir diesen Flug endlich leisten zu können. Ich habe genug gespart, um mir diesen Flug endlich leisten zu können. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind in Deutschland bei der Rechtsanwaltskammer ihres Zulassungsbezirks eingetragen. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind in Deutschland bei der Rechtsanwaltskammer ihres Zulassungsbezirks eingetragen. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind in Deutschland bei der Rechtsanwaltskammer ihres Zulassungsbezirks eingetragen. Jeder Tag bietet die Chance, aktiv an seiner eigenen Geschichte zu schreiben. Jeder Tag bietet die Chance, aktiv an seiner eigenen Geschichte zu schreiben. Das Team ist in den letzten Wochen gewachsen. Unser Durchschnittsalter liegt bei 32 Jahren. Das Team ist in den letzten Wochen gewachsen. Unser Durchschnittsalter liegt bei 32 Jahren. Das Team ist in den letzten Wochen gewachsen. Unser Durchschnittsalter liegt bei 32 Jahren. Die Ausbildung zum Buchhändler dauert drei Jahre und findet in einer Berufsschule und in einer Buchhandlung statt. Am Black Friday verkaufen viele Einzelhändler Artikel viel billiger als sonst. Am Black Friday verkaufen viele Einzelhändler Artikel viel billiger als sonst. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.